Wenn du von ganz oben bis nach ganz herunten Gefahren bist, ja, da ist ein kleiner Applaus, der mir... Okay, also, ganz kurz, was zeichnet dich aus? Er war acht Jahre außerplanmäßiger Professor in Oldenburg, ist jetzt an der Universität Siegen und er macht dort eine Lehre, die nennt sich Plurale Ökonomie oder Plurale Ökonomik und das ist die erste öffentliche Hochschule, die das anbietet, denn in eigentlich allen anderen Universitäten ist das Volkswirtschaftsstudium ziemlich normiert und gleichgeschaltet, das ist immer diese neoklassische Sache und bei Nico Pech kann man eben studieren, ja, heterodoxe Ökonomie, ganz andere Ansätze, da ist Keynes noch lange nicht tot, da wird auch mal ein Herr Marx erwähnt, da werden ganz verschiedene Personen aus der Wirtschaftsgeschichte dargestellt und nicht nur übermathematisiert, könnte man vielleicht sagen, irgendwelche Modellwelten herumgeschwälzt. Also, ich hoffe, du stimmst mir so ein bisschen zu? Gut. Also, wir sind eben keine rationalen Nutzenmaximierer, das sind so grobe Näherungen in manchen Spezialfällen. Wenn man Ökonomie wirklich verstehen will, dann glaube ich, muss man viel tiefer und viel weiter graben als in der Standardökonomie und das Ergebnis sind dann eben die Thesen, die uns auch Nico jetzt dann vorstellen wird. Er war 2010 bis 2014 Vorsitzender der Vereinigung für ökologische Ökonomie. Er ist Mitglied im wissenschaftlichen Beirat von Attacus, ich glaube, daher kennen wir uns auch. Dann ist Autor des Bestsellers, den habe ich auch dabei, der ist immer noch lesenswert. Das Besondere an dem Buch, das ist, glaube ich, aus dem Jahr 2011, 2012, aus dem Jahr 2012, ist es, dass es immer noch aktuell ist. Es ist ja auch immer noch aktuell, dass Nico Pech bei uns ist, weil er war ja auch schon vor sechs Jahren da. Also das mit der Wachstumskritik, das ist schon ein hartes Brot in einem System, das auf Wachstum angewiesen ist, ansonsten ist es eine Krise. Da haben wir noch viel zu tun und durch ihn wurde diese Postwachstumsekonomie bekannt. Ich schätze mal, du reist herum, machst mehr als 100 Vorträge im Jahr, oder? Schon, ne? Nächste Frage. Nächste Frage, okay. Also, ja, nächste Frage. Du warst vor sechs Jahren ebenfalls hier. Jetzt sag uns doch mal schnell in zwei Minuten, was hat sich denn in den letzten sechs Jahren, deiner Ansicht nach, so ein bisschen zum Positiven entwickelt? Naja, wir haben natürlich einen viel stärkeren Furore, was soziale Bewegung anbelangt. Der Benedikt Suttner hat ja schon Fridays for Future genannt, ich möchte Extinction Rebellion nicht außer Acht lassen, Klimastreik und einiges andere. Und das ist eine Mobilisierung der jüngeren Generation gewesen, die ich wirklich bemerkenswert finde. Aber die Leugner des menschengemachten Klimawandels haben sich auch ganz schön heftig positioniert. Das habe ich am eigenen Leibe erfahren, als eine Rufmordkampagne der Bild-Zeitung gegen mich lief im Hochsommer letzten Jahres. Und dahinter standen dann vorwiegend diejenigen, die heute auch schon erwähnt wurden, die sich ja auch in der AfD finden und in anderen merkwürdigen Gruppierungen, die tatsächlich schlicht und ergreifend den menschengemachten Klimawandel für eine Verschwörung halten, für einen Vorwand, um eine Politik, die sich Umweltpolitik nennt, zu implementieren, die in Wahrheit eine Umverteilungspolitik sein soll. Ganz schwieriges Thema. Also wir haben eine merkwürdige Gemengelage. Es arbeitet viel in Richtung Nachhaltigkeit, aber die Gegenkräfte sind eben auch da. Das heißt, wir müssen heftig auf der Hut sein, deutschlandweit und ich glaube auch in Regensburg. Und dazu möchte ich jetzt ganz kurz die Astrid fragen. Sie hat mir mal vor einiger Zeit etwas erzählt aus dem Stadtrat, nämlich als sie einen Antrag begründet hat und vorgestellt hat und was da passiert ist und was das für ein Antrag war. Das fand ich sehr, sehr spannend und ich finde, das ist, glaube ich, auch eine gute Information, wo wir heute stehen, was wir für Probleme haben, Wachstumskritik in die Bevölkerung hineinzutragen oder in einen Stadtrat. Du hast das Wort. Ja, danke, Harry. Ja, das war ein Antrag, der hieß Gewerbeflächenmoratorium. Ein bisschen schwerer Ausdruck. Es ging prinzipiell darum, dass wir ständig davon reden, wir brauchen mehr Wohnraum, wir brauchen bezahlbaren Wohnraum, aber ständig auch gleichzeitig Gewachstum anhängen und schauen, dass wir möglichst viel Gewerbeflächen ausweisen, um möglichst viel Gewerbesteuereinnahmen zu generieren. Fast schon egal, welches Gewerbe, welcher große Konzern, Hauptsache der Rubel rollt. Und wir können uns den Wohlstand dieser Stadt leisten und vor allem auch weiter ausfahren. Also haben wir einen Antrag gestellt, der beinhaltet, dass man, bis sich der Wohnungsmarkt entspannt hat, keine neuen Gewerbeflächen ausreist. Da geht es nicht um Stillstand, sondern da geht es darum, dass man zunächst einmal, wenn man 80.000 Einpendler in einer Stadt hat und 20.000 Auspendler, also jeden Tag 100.000 Leute, die sich von A nach B bewegen müssen, dass man sich dann schon fragen muss, ist das denn der richtige Ansatz oder ist unsere Stadt nicht schon sehr satt? Haben wir nicht eigentlich schon ein Überangebot an Arbeitsplätzen hier in der Stadt, wenn so viele Leute einpendeln müssen, damit die überhaupt abgeregt werden können? Und sollten wir nicht dafür sorgen, dass jetzt erst einmal keine neuen Flächen ausgewiesen werden, weil man auf den Flächen, die man hat, da tut sich ja auch immer was, mit Geschick und guten Ansätzen das entwickelt, aber eben wartet, bis der Wohnungsmarkt sich entspannt. Dass dieser Antrag jetzt nicht einstimmig durchgeht eins zu eins, das war uns vorher schon klar. Aber was ich dann in der Sitzung erlebt habe, in der ich den Benedikt Suttner im Planungsausschuss vertreten habe, ich muss mich jetzt im Nachhinein bedanken dafür, weil das war wirklich Realpolitik par excellence. Ich habe schon sechs Jahre jetzt Erfahrung, habe einiges dazugelernt, aber das war hochinteressant. Also, der Antrag wurde aufgerufen und die Stimmung ging eigentlich sofort an die Decke. Und ich habe extra, ich war ja Gott sei Dank schon ein bisschen vorgewarnt, ich habe extra die Unterlagen nochmal mir raussuchen lassen, wo ich das mitgeschrieben habe, ich will Ihnen wirklich kein Schmarrn erzählen und irgendjemandem was anhängen. Aber, also das Erste war, die ÖDP hätte doch von unserer Frau Bürgermeisterin vorgetragen, überhaupt keine Vorstellung, wie Stadtentwicklung geht. Und dann kam also gleich vom Herrn Radl, Gewerbeflächen haben wir sowieso viel zu wenig. Aber es kam dann auch schnell, ich hätte doch hier einen Eid zum Wohle der Stadt geleistet. Und wer so etwas beantragt, wäre quasi sein Mandat nicht wert. Und da muss ich sagen, da bin ich dann schon zusammenzucht. Es kam sogar, sogar von der Linken, der Pendelverkehr, ja, das ist alles zu pauschal, was wir da beantragt haben und so weiter. Also selbst da konnte ich leider keine Rückenstärkung erfahren für unseren Antrag. Es kam von den Grünen, von der Frau Kunz. Ja, also wenn wir so anfangen würden. Die ÖDP will ja wohl vielleicht sogar die Studenten alle aus der Stadt aussperren. Und was wir hier überhaupt uns vorstellen, ob wir eine Mauer um die Stadt bauen wollen. Es kam von Seiten des Referats, der Referent Daminger, also wäre geschockt. Er wäre betroffen. Alles, was an Grundsätzen für Stadtentwicklungspolitik gäbe, wäre außer Acht gelassen. Wir sollen auch gleich beantragen, das Wirtschaftsreferat aufzulösen. Und überhaupt, was die ganzen Jahre jetzt geleistet wurde hier in dieser Stadt von Seiten der Wirtschaftspolitik. Ja, die Unternehmen werden, wenn wir so einen Antrag durchwinken, auf der Stelle alle die Stadt verlassen. Da wird sich keiner mehr anziehen. Also ich habe es extra mitgebracht. Ich habe das mitgeschrieben. Das ist jetzt ehrlich nicht übertrieben. So ging das zu in dieser Sitzung. Die haben sich aufgeregt und aufgemantelt. So etwas habe ich in dem Stadtrat bei einem relativ harmlosen Antrag, wo wir auch sagen hätten können, ja, das falle uns nicht, wir haben einen anderen Ansatz, noch nicht erlebt. So dass die CSU, die jetzt wahrhaft nicht für Wachstumskritik steht, also der Fraktionsvorsitzende Zimmermann in persona sich zu Wort gemeldet hat, man möchte doch jetzt mal mit dem ÖDP-Bashing aufhören. Weil er jetzt zwar den Antrag in der Sache auch nicht gut findet, aber so kann man doch nicht mit einem da umgehen. Also so viel dazu, wenn das Wort Wachstumskritik in irgendeiner Form in der Realpolitik in einen Antrag verwandelt wird, was dann passiert und wie dann eigentlich alle Parteien sofort OW schreien und wie wenig sich in den Köpfen noch durchgesetzt hat, dass man vielleicht, so wie es jetzt im Moment um unsere ganze Klimapolitik steht und wie es im Moment um unsere Stadt steht und um die Wohnungsnot etc. dass man vielleicht einmal andere Ansätze wenigstens denken könnte. Ja, so viel dazu. Ja, Nico, Tumulte bei einem ganz einfachen, wohlbegründeten Antrag. War das schon zu viel gefordert oder eigentlich eher zu wenig? Was ist eigentlich notwendig? Wie kommen wir hinter dieses weniger ist mehr? Was ist Suffizienz? Gibt es eigentlich ein schöneres Wort für Suffizienz? Also, ich bin gespannt. Was sind deine zentralen Ideen? Was sind deine wichtigsten Tipps? All you need is less. Das ist der neue Begriff. Da gibt es jetzt ja die Anglismen-Kritiker und Vorsicht. Was sind deine wichtigsten Tipps und Forderungen an das Publikum und vor allem auch an die Stadtbiete? Was, ja, wie schaut dein Konzept aus sechs Jahre später? 45 Minuten? 50? Du hast das Wort. Danke. Also, an die ÖDP und Hari geht auf jeden Fall das Dankeschön für die Einladung. Also, ein wichtiger Bestandteil der sogenannten pluralen Ökonomik, die sich gegen die dogmatische Erstarrung der Wirtschaftswissenschaft wendet. Ein wichtiger Bestandteil ist eben die wachstumskritische Nachhaltigkeitsforschung. Ich habe heute nicht alle Zeit der Welt, wir haben ja gerade schon gezeitscht, um die Vortragszeit und möchte also unter dem Titel Entwickeln statt wachsen, Logiken der Reduktion einige Einblicke gewähren, die selektiv sind, nämlich eben in die Gefilde der wachstumskritischen Nachhaltigkeitsforschung. Und das Erste, was ich heute tun möchte, ist, dass ich darauf hinweise, dass die ökologische Krise, die sich zusehends verschärft, mehr ist als das, was wir dahinter vermuten. Es ist nicht einfach nur eine Degradation der physischen, biologischen und eben ökologischen Dimensionen unseres Daseins, sondern es ist eine veritable Zivilisationskrise. Wenn wir uns also deutlich machen, dass die Globalisierung natürlich mehr Opfer fordert als nur die Ökologie, wenn wir an den Coronavirus denken, wenn wir also auch an die Krisengefährdungen denken, die von einer instabilen EU ausgehen, wenn wir an den Modernisierungsstress denken, denen wir uns aufoktroyieren, durch eine völlig hilflose, durch eine völlig radikale Digitalisierung, wenn wir also beispielsweise uns mal die Entwicklung zum sogenannten 5G-Internet anschauen, dann stellen wir fest, dass wir auch unter einem sehr großen Kontrollverlust leiden. Die Möglichkeit, moderne Gesellschaften demokratisch zu gestalten, die schwinden in einer Welt, in der alles mit allem technisch verbunden ist und in der alles davon abhängt, industrielle Fremdversorgungsketten aufrecht zu erhalten und eben einem Wachstumsregime zu unterziehen. Und eine große Befürchtung, die ich habe, ist folgende. Wenn die derzeitigen demokratisch gewählten Regierungen weiterhin so scheitern damit, die Lebensgrundlagen der menschlichen Zivilisation zu retten, dann wird auch die Demokratieverdrossenheit zunehmen. Die hat sowieso zugenommen aus anderen Gründen, die ich hier nicht referieren will. Aber ein politisches System, das nicht mal die Minimalbedingung jeder menschlichen Zivilisation erfüllen kann, nämlich einfach für schlichtes Überleben zu sorgen, so ein politisches System wird irgendwann keine Akzeptanz mehr haben. Was folgt daraus? Nicht Politikverdrossenheit, noch weniger Demokratieverdrossenheit, sondern daraus folgt, dass wir aufhören müssen damit, die Demokratie zu überlasten. Sie mit Aufgaben zu überziehen, die sie nicht mehr lösen kann. Die Handlungsunfähigkeit der Politik ausgerechnet in jenem Feld, von dem unser Überleben abhängt, ist historisch einmalig. Als die Bundesregierung am 22. September dieses sogenannte Klimapaket verabschiedet hat, habe ich nicht gelacht, sondern ich hatte Mitleid. Mitleid mit einer Regierung, die so verzagt ist, und das gilt für jede andere europäische Regierung auch, die so verzagt ist, dass sie weiß, es gibt eine ehrenne Regel in jeder parlamentarischen Demokratie und die heißt, dass eine gewählte Regierung vieles kann, aber eines definitiv nicht, nämlich eine Politik zu machen, die sich gegen die Lebensgewohnheiten der Wählermehrheit wendet. Das bedeutet Abwahl, das bedeutet abgestraft zu werden und so weiter und so fort. Okay, also die Krisenszenarien, vor denen wir stehen, jetzt kann ich auch was sehen, die also meine These untermauern, dass wir nicht nur eine ökologische, sondern in der Tat eine Zivilisationskrise durchleben, die habe ich hier einfach nochmal grob notiert. Und ich möchte zwei der besonders eklatanten ökologischen Probleme nochmal bebildern. Einmal den Klimawandel, hier sehen wir, wie sich die durchschnittliche Erdtemperatur abgetragen über die Monate verändert hat, seit Aufzeichnung veritabler Daten zu der durchschnittlichen Erdtemperatur. Und wir hatten uns auf der inzwischen legendär verklärten Klimakonferenz in Paris vorgenommen, das 1,5 Grad Klimaschutzziel noch einzuhalten. Aber man sieht an dieser Animation, die von einem Kollegen aus der Klimaforschung aus Australien ist, dass wir dieses Ziel nur noch mit Mühe erreichen können. Aber trotzdem müssen wir alles aufbringen, aufbieten, an Engagement entfalten, in allen gesellschaftlichen Dimensionen, um dieses Ziel zu erreichen. Sollten wir es nicht erreichen und wenigstens dann noch das 2 Grad Klimaschutzziel einhalten können, dann kann vielleicht die Überlebensfähigkeit der menschlichen Zivilisation noch gewährt bleiben. Aber alles andere ist nicht diskutabel. Das zweite Problem ist, und das ist natürlich stark verbunden auch mit Energieverbräuchen und eben auch mit Klimawandel, ist eben die immer stärkere Vereinnahmung von Böden. Und das ist eigentlich ein Bild, das den derzeitigen Zustand dieser Republik gut wiedergibt. Was nicht bei 5 auf den Bäumen ist, wird einbetoniert, wird versiegelt oder wird auf andere Weise im Sinne von Flächennutzung einer Kapitalverwertung unterzogen. Ich habe so ein Zitat mitgebracht, das muss ich mal eben vorlesen. Insgesamt sind hier in Anspruchnahme immer neuer Flächen und die Zerstörung von Böden auf die Dauer nicht vertretbar und sollten beendet werden. Angesichts global begrenzter Landwirtschaftsflächen und fruchtbarer Böden sowie der wachsenden Weltbevölkerung ist der anhaltende Flächenverbrauch mit all seinen negativen Folgen schlicht unverantwortlich. Das ist nicht von Greenpeace, sondern vom Umweltbundesamt, das also offiziell für die Bundesregierung arbeitet. Natürlich geht es nicht nur um Gewerbeflächen, von denen heute die Rede war. Übrigens, Astrid, du bist eine Helde. Ich meine das nicht so romantisch oder im Sinne von, wo man zu Gast ist, da verteilt man Komplimente, sondern einer meiner Lieblingsphilosophen kommt, der ist ungefähr so alt wie ich, kommt aus St. Gallen und hat gerade ein Buch geschrieben, das so dick ist und den Titel trägt, eine Philosophie des Störenfrieds. Und er hat jetzt in einem Interview gesagt, wir sind so am Ende, dass es einer Gesellschaft nicht schadet, wenn es wieder Heldinnen und Helden gibt. Darunter sind nicht Egozentriker oder Rambos gemeint, sondern Personen, die es wagen, auch mal sich sozusagen der Kritik anheim zu stellen und die aber sagen, was gesagt werden muss. Und das wollte ich damit zum Ausdruck bringen. Aber gehen wir jetzt mal von den Gewerbeflächen zu den Wohnflächen. Es soll ja Wohnungsnot geben, heißt es. Und das ist die große, man könnte fast sagen, ideologische Konzeption, um also die Zerstörung vieler Naturräume zu rechtfertigen. 1956, dazu habe ich jetzt keine Grafik gefunden, also etwa hier, haben wir in der Bundesrepublik Deutschland durchschnittlich 15 Quadratmeter Wohnfläche pro Kopf in Anspruch genommen. Dass das beengt war, das ist wohl klar. Aber schon kurze Zeit später, in den 60ern, hatten wir über 20 Quadratmeter. Und dann mache ich jetzt mal einen Zeitsprung. Während dieses Zeitsprungs hat ein Exzess des Schaffens von Wohnraum stattgefunden. 2007 lagen wir schon bei knapp 43 Quadratmeter. Die allerneuesten Zahlen, jetzt nicht exakt als Grafik, weil das Bild hört bei 2016 auf, aber wenn Sie die neuen Zahlen auf der Seite des Statistischen Bundesamtes erkunden, kommen Sie genau auf 46,8 Quadratmeter. Eine Verdreifachung. Und da ist von Wohnraummangel die Rede. Das ist natürlich einfach eine dreckige Lüge. Es gibt einen Mangel an Kapitalverwertung auf den Banken. Und das betrifft nicht mehr nur Eliten oder Oberschichten, sondern die breite Mittelschicht in Deutschland. Weil das Vermögen und auch das Einkommen so enorm gewachsen ist. Und gleichzeitig auf der Bank keine Zinsen gezahlt werden. Und überdies uns die Lehman Brothers Krise noch in den Knochen steckt. Und deshalb natürlich die Flucht in die Sachwerte, das ist ein Terminus aus der Wirtschaftswissenschaft, natürlich naheliegend ist. Es ist also im Prinzip ein Luxusproblem, das sich hinter dieser Behauptung, wir hätten Wohnraummangel verbirgt. Und wenn wir das nochmal in der Makroperspektive anschauen, sehen wir, wie langsam aber sicher die bebaute, die ökologisch zerstörte Fläche überall zunimmt. Und auch wenn davon die Rede ist, dass eben das Wohnen so teuer geworden sei. Also wer für sich reklamiert, unbedingt in Berlin-Mitte oder in München-Mitte leben zu wollen, muss natürlich sich dieser Konfrontation aussetzen, natürlich hohe Mieten zu zahlen. Aber was auch klar ist, was ich ausgebe, für meine Unterkunft rechnet sich ja nicht nur sozusagen nach der Miete pro Quadratmeter Wohnfläche, sondern Quadratmeter Wohnfläche mal Miete. Das heißt also, die Ausufung der Wohnfläche ist genauso verantwortlich dafür, dass wir immer mehr Anteile unseres Einkommens ausgeben müssen für die Unterbringung wie die Steigung der Mieten selbst. Das wird gerne in der Diskussion verschwiegen. Und es gibt inzwischen sogar ein Projekt zur Wohnraumsuffizienz, also Genügsamkeit zum Wohnen. Einer meiner Kollegen, der Daniel Fuhrup, der schon das Buch Verbietet, das Bauen verfasst hat, hat jetzt ein neues Buch geschrieben, mehrere neue Bücher geschrieben. Eines, wo er neue Wohnkonzepte vorstellt, die zeigen, dass man mit sehr viel weniger Raum auskommen kann und wirklich nicht in der Kartoffelkiste landet, sondern sogar eine sehr behagliche Unterkunft findet. Gut, ich könnte viel mehr ökologische Probleme bebildern, möchte das aber aus Zeitgründen nicht tun, sondern daran die Frage jetzt anknüpfen, was ist die Transformation, die bitter nötig wäre. Diese nicht, ich war gerade mal in Paris, um ein von mir ins Französische übersetztes Buch zu präsentieren und habe dort am Kiosk in Gardeles dieses Cover einer Zeitschrift gefunden, die heißt La Décroissance. La Décroissance ist zugleich auch die wachstumskritische Bewegung in Frankreich. Und diese Karikatur hat es mir angetan, deswegen habe ich sie hier gescandelt auf die Folie gebracht. Da wird sozusagen jemand verohnepiepelt, der glaubt, es gäbe so ein grünes Elixier, technischer Fortschritt, mit dem es möglich sein kann, unser ohne Wachstum nicht zu stabilisierendes Wohlstandsmodell ökologisch zu entkoppeln von Schäden. Und das wird dann sozusagen als Fake News gebranntmarkt und die die Krassheit dieser Karikatur zeigt Ihnen gleich, wer dahinter steckt. Charlie Hebdo. Charlie Hebdo hat also ein Nebenprojekt. Gut, ich hatte schon mal an dieser Stelle und auch anderswo in Regensburg darauf hingewiesen, dass alle Versuche über technischen Fortschritt oder auch institutionellen Fortschritt wirtschaftliches Wachstum ökologisch zu entkoppeln nicht einfach nur gescheitert sind, sondern teilweise kontraproduktiv waren. Weil der Glaube an die Allmacht einer grünen Technologie natürlich das beste Alibi ist für eine Gesellschaft in Lernresistenzen zu verharren. Eben nicht nachzudenken darüber, dass all you need is less auch ein schönes Entwicklungsmuster wäre. Und natürlich hat man dann noch einen schwarzen Peter. Ich sitze in meinem Auto, das Auto hat vielleicht einen Verbrennungsmotor und ich beschimpfe die Politik, die Wissenschaft und die Wirtschaft dafür, dass mir kein anderes Auto finanziert wird oder dass nicht in irgendeiner Form ein Fortschritt dafür sorgt, dass es für mich bequem, leicht und natürlich kostengünstig ist, vielleicht mit einem anderen Auto zu fahren. Das heißt, selbst der noch nicht eingetretene technische Fortschritt ist schon ein Alibi dafür, sich nicht zu verändern, sondern sozusagen das Problem und damit die Verantwortung wegzudelegieren. Es gibt vier Ebenen, auf denen eigentlich der grüne technische Fortschritt, das grüne Wachstum, der Green New Deal, wie man das nennen will, gescheitert ist. Zunächst einmal, die maßlose Überschätzung der technischen Möglichkeiten. Auch die deutsche Energiewende rennt gegen die Gesetze der Thermodynamik. Dazu habe ich an anderer Stelle auch hier im Regelbuch schon einiges gesagt, das lasse ich mal außen vor. Aber materielle Rebound-Effekte sind besonders eklatant dort, wo der technische Fortschritt vermeintlich ein Problem löst, in Wahrheit das Problem aber nur in eine andere Dimension überführt. Und das ist die klägliche Geschichte aller technologischen Fortschritte, die also die Aufschrift hatten, nachhaltig, klimafreundlich, ökologisch, umweltfreundlich oder was eben auch immer. finanzielle Rebound-Effekte resultieren daher, dass manche technischen Redesigns der Produkte, Technologien und Infrastrukturen in der Tat dazu führen, bei isolierter Betrachtung eines Objektes Ressourcen oder Energie zu sparen. Aber dann spare ich gleichzeitig Geld. Und was dann herauskommt ist, dass dieses eingesparte Geld ja irgendwo bleiben muss. Der Mann, ich kaufe mir jetzt ein Passivhaus und bezahle pro Jahr keine 150 Euro mehr an Heizkosten. Spare also richtig viel Geld. Wenn ich dieses Geld anlege in Flugtickets oder Smartphones, habe ich unter dem Strich mehr CO2 verursacht, als wenn ich mich für ein teureres Haus in der Unterhaltung entschieden hätte. Was nicht gegen das Passivhaus spricht, sondern gegen Wachstum. In einer schrumpfenden Wirtschaft würde ich ja gerade mit dem Passivhaus erreichen, dass es mir gelingt, mit einem geringeren Einkommen klarzukommen. Das wäre natürlich was anderes. Noch besseres Beispiel sind die LED-Lappen. Sie werden es vielleicht nicht wissen, aber ich habe fast ein knappes Jahrzehnt meine ganze wissenschaftliche Energie und Aufmerksamkeit dem Klimaschutz im Gebäudebereich gewidmet. Das war bevor das Wort Postwachstumsökonomie überhaupt erfunden wurde, also in den frühen Nullerjahren, in den späten Neunzigern. Ich habe mit vielen Architekten, Haustechnikern, Energieplanern, Baufysikern, Energieberatern und so weiter und so fort zusammengearbeitet in Netzwerken, wo es um eben den Klimaschutz im Gebäudebereich ging. Und alle haben mir erzählt, wenn die LED-Lappen kommt, dann werden wir im Gebäudebereich, auch in den öffentlichen Infrastrukturen, in den Straßenschluchten, überall werden wir eine Revolution der Energieeinsparung erzielen. Wann kommt endlich diese verdammte LED-Technologie? Jetzt ist sie da. Und zwar so billig, dass sie in jedem Baumarkt, also wirklich Ketten voller LED-Leuchtmittel kaufen, um sich dann zu Ostern und zu Weihnachten den Dachfirst oder auch die Hecke und die kennen das Spiel, sich dann bestücken können. Was jetzt passiert ist, wir haben Lichtsmog ohne Ende, der unter anderem auch mitverantwortlich oder ursächlich für das Artensterben ist, zumindestens einige Spezies betreffend. Wir verbrauchen mehr Energie unter dem Strich für die Beleuchtung, weil wir einfach nur mehr beleuchten. Und drittens, wir haben ein Sondermüllproblem ersten Ranges. Die uralte ineffiziente Birne, die ich nicht empfehlen kann, weil sie ineffizient ist, bestand aus Glas, Keramik und Metall. Aber LED ist Sondermüll und nichts anderes. Das heißt, da haben sie einen materiellen und einen finanziellen Rebound-Effekt. Und dann natürlich ein Phänomen, das mir sehr am Herzen ist und das wird dann das übernächste Buch sein, dass ich dieser Problematik widme, ein neuer Ablasshandel. Die katholische Kirche, das muss ja hier in Regensburg gesagt werden, hat im Mittelalter für eine sensationelle Neuerung gesorgt. Wir Sozialwissenschaftler nennen das Komplexitätsreduktion. Die Kirche hat die Unmündigkeit und die mangelnde Bildung der Menschen ausgenutzt, um die Menschen einzuschüchtern und auf dieser Grundlage mehr Macht zu gewinnen. Die Kirche hat den Menschen gesagt, ihr seid alle sündig. Ähm, genau. Ich habe ja gerade gesagt, dass es darum dreckige Lügen geht. So, und damit ihr eure Sünden, ja, aufwiegen könnt, müsst ihr schon was tun, also einen Ablass leisten. Dahinter steckt die Idee, dass der menschliche Sinn für Moral wie eine Balkenwaage funktioniert. Wenn also in dem Einschälchen zu viele Sünden sind, muss man, um der Gottgefälligkeit willen, in die andere Waagschale etwas hineinlegen, was die Sünden wieder aufwiegt. Das kann beispielsweise Geld sein, das können Gebete sein, das kann eine Pilgerreise sein, irgendetwas anderes. Fakt ist aber, dass all das, was zum Aufwiegen der Sünden benutzt wird, in einer anderen physischen Dimension zu Buche schlägt, als die Sünde selbst. Die besondere, und das ist jetzt keine Hieronymie, Innovation der Kirche war, das Unvergleichliche vergleichbar zu machen. Und ich will Ihnen eine kleine Anekdote erzählen, auch aus der katholischen Kirche, die trug sich aber nicht hier zu, sondern da oben in Schütte auf der Stadt, in der ich geboren bin. Da ging Ende der 60er Jahre ein junger Bub, total schlotternd mit den Knien und verweint zur Kirche, suchte den Beichtstuhl auf und gestand dem Pastor, dass er der Großmutter einen halben Apfelkuchen entwendet hatte. Der Teufel, der große Verführer, ist ja nicht nur ein Weißbier, bei den Kindern ist das Naschwerk natürlich, also der Apfelkuchen. Was macht jetzt der Pastor, das war ein guter Pastor, der Pastor sagt 20 Vaterunser. Der junge Bub hat sich jetzt zwei Fragen gestellt. Erstens, was hat er rein physikalisch betrachtet, Apfelkuchen, der jetzt aus Äpfeln, aus Teig, Puderzucker, Hefe besteht, was hat er denn physikalisch betrachtet mit Spruchblasen zu tun, die ich 20 Mal wiederhole. Und zweitens hat er sich gefragt, was will ich später werden, Ökonom. Weil die Ökonomie ja genau das tut, indem sie Symbole wie Geld beispielsweise hernimmt, dass man nicht essen kann, aber man kann als Gegenwart etwas dafür bekommen, was man essen kann. Da ist wieder dieselbe Logik, die die katholische Kirche damals vorexerziert hat, das Unvergleichliche vergleichbar zu machen. Nun hat der junge zu Hause 40 Vaterunser gebetet, nachts den zweiten Apfelkuchen geklaut. Das ist Ökonomie. Und war sich sicher, nicht mal ins Fegefeuer zu müssen. Wenn Sie jetzt den Apfelkuchen mit Kreuzfahrten, mit Flugreisen, mit Smartphones, mit SUVs und 100 Kilo Fleisch pro Jahr oder 60 Quadratmeter Wohnfläche pro Kopf hernehmen und in die andere Waagschale Bionade, PV-Anlagen, Demeter Brühwürfel hineinlegen, verstehen Sie, was ich meine. Wissen Sie, man braucht keine Empirie, um Folgendes seit Jahrzehnten in jedem modernen Staat zu beobachten. Jedes Jahr erreichen alle Umsätze an nachhaltigen Produkten, Dienstleistungen, Technologien, Infrastrukturen, an Literatur, an Events, erreichen neue Rekorde. Alles, was mit Nachhaltigkeit zu tun hat, egal in welchem Handlungsfeld, wächst und gedeiht. Und gleichzeitig wächst an derselben Stelle die pro Kopf in Anspruch genommene Menge an ökologischen Ressourcen. Das kann man nicht anders erklären, als durch diese Art der symbolischen Kompensation. Wir haben inzwischen eine wirklich dicke Schicht an Studien dazu, dass jene Menschen in Deutschland, die die höchste Bildung haben, das höchste Umweltbewusstsein kommunizieren, gleichzeitig die höchsten ökologischen Rutsäcke haben. Ist ein Fakt. Und das liegt daran, dass wir, so nach dem Motto von Mark Twain, der mal geschrieben hat, kaum verloren wäre das Ziel aus den Augen, da verdoppelten wir unsere Anstrengung, dass wir das Ziel einer nachhaltigen Entwicklung offenbar aus dem Auge verloren haben. Nachhaltige Entwicklung lässt sich nicht einem Brühwürfel, einem Auto oder einem Passivhaus zuordnen, sondern nur einem Menschenleben. Nachhaltige Entwicklung bedeutet letzten Endes die individuelle Öko- und CO2-Bilanz als Zielvariate zu betrachten und nicht irgendwelche Symbole. Wenn wir nun noch eine vierte Dimension des Scheiterns der nachhaltigen Entwicklung berücksichtigen, um daraus zu lernen und die Fehler der Vergangenheit nicht zu wiederholen, müssen wir sagen, wir haben eben die Politik überstrapaziert. Das habe ich gerade schon mal angesprochen, muss es nicht wiederholen. Wichtiger sind die drei Konsequenzen, die aus diesem Scheitern des grünen Wachstums folgen. Erstens, wir brauchen... Kann man was einwerfen? Ne, weil ich habe nur 50 oder 60 Minuten. Danach können Sie was einwerfen. Ich habe nicht schon mal Fusionskraftwerke auf jeden Fall. Es ist nah dran, also es ist ganz cool. Fusionskraftwerke? Ja. Ja, das ist natürlich... passt gut zum Katholizismus, weil die Church of Progress jagt natürlich alle 14 Tage eine neue Sau durchs Dorf. Mal steht Wasserstoff, mal steht Tesla dran, mal steht Null-Energie-Haus dran, mal steht 5G dran und manchmal eben auch Fusion. Seit 40 Jahren wird behauptet, die Kernfusion würde funktionieren. Selbst wenn sie unter Laborbedingungen funktioniert, ist damit nicht gesagt, dass sie auch unter alltäglichen Bedingungen oder unter politischen Bedingungen, die wir derzeit haben, auch funktioniert, weil sie einfach sehr teuer ist und weil sie letzten Endes nicht jede Form von Endenergie erzeugen kann, sondern nur eine spezifische Form von Primär- oder Maximalsekundärenergie. Gut. Das Zweite... Okay, ich war da stehen geblieben. Wir brauchen ein völlig verändertes Gerechtigkeitsverständnis für das 21. Jahrhundert. Was darf sich ein einzelnes Individuum überhaupt noch in der Gesamtsumme der ökologischen Wirkung herausnehmen an Freiheiten, ohne über seine oder ihre Verhältnisse zu leben? Zweitens, wir müssen das Wachstumsdogma überwinden, weil es scheitert auf so vielen unterschiedlichen Ebenen. Und drittens schließlich, wir werden dazu übergehen müssen, Nachhaltigkeitspolitik ganz anders durchzubuchstabieren. Wenn wir uns die notwendige Transformation aus einer eher makroökonomischen oder Vogelperspektive ansehen, kann man sagen, mit der ersten industriellen Revolution waren wir in der Lage, den materiellen Wohlstand zu potenzieren. So ungerecht, der zunächst noch verteilt war. Das darf nicht außer Acht gelassen werden. Haben dann dieses Wunder der Wohlstandsnährung tatsächlich ins Absurde geführt, dadurch, dass wir die ökologischen Belastungsgrenzen dieses Planeten, die nicht mit sich verhandeln lassen, durchbrochen haben und haben jetzt unsere Überlebensfähigkeit verloren. Man kann von der Bundesrepublik Deutschland sagen, wir sind seit etwa 30 Jahren nicht mehr überlebensfähig, weil wir etwa seit dieser Zeit ein Niveau der Ressourcenplünderung und ein Niveau der ökologischen Belastung erreicht haben, von dem sich sagen lässt, das fortzusetzen ist hinreichend, um unterzugehen. Wollen wir also das verhindern, müssten wir im wahrsten Sinne des Wortes die Kurve kriegen und müssen tatsächlich das Produktionsniveau erstens senken und zweitens auf ein konstantes, stabiles Niveau wiederum bringen. Das nennt man in der Fachsprache Steady State. Das heißt einfach, schlecht übersetzt, Gleichgewichtswirtschaft. Und eine Gleichgewichtswirtschaft in diesem Sinne, also der Begriff ist von Herman Daly, dem vielleicht wichtigsten Wachstumskritiker, der ist jetzt ungefähr 90, lebt noch, hat auch den alternativen Nobelpreis bekommen, ein solches Steady State oder Gleichgewichtskonzept bedeutet, den Wohlstand zu reduzieren auf ein Niveau, das also innerhalb der ökologischen Grenzen darstellbar ist und eben nicht mehr wachsen zu lassen. Die Rolle der Produktionsseite einer Wirtschaft würde sich dann quasi darauf kaprizieren, diesen Wohlstand zu erhalten, aber eben nicht zu vermehren, ihn auch zu veredeln. Wenn wir den Wohlstand senken, sagen wir produzieren pro Jahr nur noch 50% der Waschmaschinen, die wir jetzt produzieren, wäre das möglich, wenn sich entweder zwei Leute eine Waschmaschine teilen oder die Waschmaschinen doppelt so lange genutzt werden können. Das kann man übertragen auf jedwede Gebrauchsgegenstände, auf die Verbrauchsgüter komme ich noch zu sprechen. Das hieße aber nicht, dass wir deswegen keinen Fortschritt mehr haben, denn auch bei einer Verdoppelung der Nutzungsdauer einer Waschmaschine würde dann, wenn auch die das Zeitliche segnet, würde die nicht ersetzt werden durch die identische Waschmaschine, sondern durch eine, in die der technische Fortschritt eingeflossen ist, der sich dann seither entwickeln konnte. Es ist also falsch zu sagen, dass ein Wachstumsstopp nach einem Schrumpfungsprozess, was doppelt fair ist, dass dies also fortschrittsfeindlich oder irgendwie innovationsverneinend wäre. Wenn wir jetzt mal von dieser makroökonomischen, also eher abstrakten Ebene, auf die individuelle Ebene herabsinken und uns fragen, wie fühlt sich das an? Wie lebt es sich unter diesen Bedingungen einer stabilen, nicht mehr wachsenden und kleineren Ökonomie? Dann würde ich sagen, es gibt vier Tricks, die wir beherrschen müssen, um damit umzugehen. Zunächst, wir arbeiten derzeit im Durchschnitt, das ist der Standard, an dem wir uns orientieren, 40 Stunden plus minus. Wohlwissend, dass es Arbeitslosigkeit immer noch gibt. Leider, okay. Wenn wir dieses ökonomische Gleichgewicht anpeilen, von dem ich gerade sprach, haben wir gegeben den derzeitigen technischen Fortschritt ein soziales Problem. Arbeitslosigkeit droht. Und ich würde niemals als Preis für die Transformation mit Zielrichtung Postwachstumsekonomie Arbeitslosigkeit, zumindest systematischer Arbeitslosigkeit in Kauf nehmen wollen. Warum? Weil natürlich Arbeit zugänglich sein muss, um ein Einkommen zu erwirtschaften. Aber das ist nicht alles. Ich glaube, dass in der modernen Welt Arbeit Selbstverwirklichung ist. Es gibt eine Freiheit zu arbeiten. Deswegen haben wir so eine Ausdifferenzierung in unserem Bildungssystem und verweisen mit Stolz darauf, dass Menschen nicht mehr unter Zwang irgendeine Arbeit ausführen, sondern es als individuelle Freiheit ansehen, bestimmte Neigungen auch durch Arbeit ausleben oder vervollkommen zu können. Und drittens darf es keine Arbeitslosigkeit geben, weil es ein Drangsaal ist, also sozusagen ausgeschlossen zu sein von jenen Prozessen, die eben erforderlich sind, um die Grundbedürfnisse einer modernen Gesellschaft zu befriedigen. Ich will sagen, das Selbstwertgefühl eines Menschen hängt schon auch davon ab, anerkannt zu sein, zu partizipieren, zumal eben an den Prozessen der Leistungserstellung. Aber Vollbeschäftigung, die ich damit eben proklamiere als ein Ziel, auch einer nachhaltigen Entwicklung, muss doch nicht gebunden sein daran, dass wir 40 Stunden arbeiten. Wollen wir also die Wirtschaft halbieren? Mit Wirtschaft halbieren, das sagt sich so blumig meinig, das Bruttoinlandsprodukt zu halbieren. Das Bruttoinlandsprodukt ist die Summe aller pro Jahr erzeugten Güter, bewertet eben auf Basis des Preises, den sie bekommen. Könnten wir Vollbeschäftigung auf einer 20-Stunden-Wochen-Basis erzielen? Dann hätten wir das soziale Problem gelöst, das man mit Arbeitslosigkeit oder Massenarbeitslosigkeit assoziiert. Jetzt kommt das zweite soziale Problem. Wie kann man denn auskommen mit weniger Geld im Durchschnitt? Und da bieten sich eben diese vier Tricks an. Die sogenannte Suffizienz, all you need is less, da hat ja der Harry gerade schon gefragt, ob es sein schönes Wort gibt, Genügsamkeit, könnte man auch sagen, lässt sich darstellen auf drei Ebenen. Suffizienz hat nichts mit nachhaltigem Konsum zu tun. Suffizienz ist die Antithese zu jedem Konsum. Weniger brutal kann ich es nicht sagen. Die gute Nachricht folgt nachher auf dem Fuße. Reduktion eines bestimmten Anspruchsniveaus, von dem sich sagen lässt, dass es nicht globalisierungsfähig ist. Reduktion heißt nicht, du darfst nicht, sondern Reduktion heißt einzusehen, dass ein menschliches verantwortbares Maß immer eine Frage der kritischen Reflexion ist. Zum Beispiel zu sagen, ich fresse jetzt pro Jahr 90 Kilo Fleisch, das ist zu viel, weil ich weiß, dass die CO2-Äquivalente, die damit einhergehen, mein Leben dazu verdammen, nicht gerechtigkeitsfähig zu sein. Das zu reduzieren auf 24 Kilo, so wie die Deutsche Gesellschaft für Ernährung es empfiehlt, das ist eine typische Reduktionsleistung im Sinne von Suffizienz, angewandt in diesem Fall auf Fleisch. Selbstbegrenzung heißt, nehmen wir mal an, ich habe es mir nie angewöhnt, mehr als 20 Kilo Fleisch pro Jahr zu essen. Dann würde ich versuchen, das Niveau zu halten, obwohl vielleicht jetzt sehr viel billiges Fleisch verfügbar ist oder mein Einkommen gestiegen ist. Ich widerstehe dieser Versuchung und auch das würde ich dann nicht als Verzicht bezeichnen. Dann natürlich vollständige Entsagung einer Option. Das würde Flugreisen, das würde Kreuzfahrten, das würde SUVs betreffen. Güter, die ich auch bei einer Limitierung, wenn ich sie in Anspruch nehme, niemals ökologisch gestalten kann. Diese drei Ebenen sind es, die wir kennen im Suffizienzdiskurs. Und man kann nun letzten Endes Suffizienz auch mit Entschleunigung gleichsetzen. Wissen Sie, wie man ein T-Shirt entschleunigt? Ganz einfach, indem man mehr Zeit zwischen den Kaufaktivitäten verstreichen lässt. Statt also jetzt alle halbe Jahre ein neues T-Shirt zu kaufen, eben nur jedes Jahr ein neues T-Shirt. So entschleunigt man T-Shirt und nicht indem man sie bei Zeitlupe oder so ähnlich anzieht. Okay, das muss ich Ihnen erklären, weil nämlich der Entschleunigungsdiskurs und der Suffizienzdiskurs manchmal so scheinbar unverbunden nebeneinander stehen. Das ist einfach nichts anderes als eine reziproke Beschreibung eines und desselben Phänomens. Nun bin ich ja von Haus aus Ökonom. Deswegen fällt mir das irre schwer über Reduktion, also Suffizienz, Selbstbegrenzung und Entsagung zu sprechen. Gibt es effiziente Entsagung und gibt es sozial gerechte Entsagung oder Suffizienz? Ja. Ich habe hier mal so ein kleines Gebilde auf die Folie gebracht. Das nennt man in der betriebswirtschaftlichen Fachsprache SWOT-Analyse. SWOT-Analyse ist genau, das hatte ich heute schon das Thema beim Ablasshandel, eine Komplexitätsreduktion. Stellen wir uns mal vor, wir würden alle Dinge, die wir kaufen können, alle Dinge, die wir uns aneignen können, auf Basis lediglich zweier Kriterien grob einteilen können. Indem wir sagen, es gibt die Konsumbedürfnisse, auch Mobilitäts- und Technikbedürfnisse, die definitiv basale Grundbedürfnisse befriedigen und es gibt den dekadenten Luxus, der, wenn er fehlt, niemanden krank macht oder umbringt. Und wenn wir als zweites Kriterium jene Aspekte nennen, die also einen hohen Schaden haben oder einen geringen Schaden haben, dann ergibt sich natürlich sofort, dass Grundbedürfnisse anders zu behandeln sind als dekadenter Luxus. Das heißt, wir würden diese drei Suffizienzpraktiken, die ich gerade notierte, folgendermaßen anwenden. Da, wo wir Grundbedürfnisse befriedigen müssen, die aber einen hohen Schaden haben, würden wir über eine graduelle Reduktion versuchen müssen, irgendwie in den Korridor des ökologisch Verantwortbaren zu gelangen. Hier in diesem Feld, wo a. dekadenter Luxus und b. also wirklich ökologische Ruinösität zu Buche schlagen, wäre die Entsagung, die vollständige Entsagung und Tilgung das einzig Vernünftige. Erstens, weil es ökonomisch effizient ist. Warum? Die ökonomische Lehre, selbst da, wo sie orthodox betrieben wird oder gerade da, strebt ja danach, knappe Ressourcen immer dort anzuwenden, wo, wenn sie nicht zur Verfügung stehen, Not herrscht oder großes Ungemach. Und selbst ein neoliberaler Ökonom aus Chicago würde nicht in Abrede stellen, dass die Elektrifizierung eines Krankenhauses besser oder wichtiger ist als Work and Travel in Neuseeland, hin und zurück 13 Tonnen CO2. Das heißt also, es ist effizient da, Reduktion anzusetzen, wo eben nicht Grundbedürfnisse, sondern eben Hedonismus bedient wird. Und sozialpolitisch? Ich habe noch nie gehört, dass Menschen, die langzeitarbeitslos sind oder den Gang zur Arge tätigen müssen, um Hartz IV zu empfangen, zur Revolution aufrufen, wenn Golduhren, Kreuzfahrten, Siebener-BMWs oder Kaviar teurer wird. Das heißt also, auch sozialpolitisch ist die Unterscheidung zwischen dekadentem Luxus und Grundbedürfnissen elementar. Das heißt, es sind zwei Argumente, die aus ganz unterschiedlicher Perspektive kommen. Eine sozialpolitische Dimension und eine ökonomische Dimension. Aber wichtig ist mir, dass die Selbstbegrenzung als das dritte Suffizienzprinzip natürlich auf dieser Ebene greift. Das heißt, nach Möglichkeit ein Maß, ein verantwortbares Maß einzuhalten. Und was mir wichtig ist, es kann nicht in einer Welt ohne Wachstum, zumal in einer Postwachstumökonomie darum gehen, sich nur zu begnügen mit der Befriedigung von Grundbedürfnissen. So eine langweilige Welt würde ich abscheulich finden. Keine Wirtshäuser, keine Konzerte, wie soll das gehen? Es gibt nämlich immer auch den kleinen Luxus. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, Gelüste auszuleben, die definitiv nicht zur Befriedigung von Grundbedürfnissen beitragen, gleichwohl aber nicht den Planeten zerstören. Denken wir an Literatur, denken wir an darstellende, bildende Kunst. Denken wir an Geselligkeit, denken wir an Wirtshausbesuche, an Partys. Denken wir an viele andere Möglichkeiten, Selbstverwirklichung auszuüben, ohne ökologisch verantwortungslos zu sein. Aber ökologische Verantwortung muss schon als Kompass unseres Handels, um nicht wieder bei Mark Twain zu sein, natürlich eine Rolle spielen. Wir liegen derzeit bei 12 Tonnen CO2 im Durchschnitt, pro Jahr und pro Kopf in der Bundesrepublik Deutschland. Und laut Umweltbundesamt müssten wir auf eine Tonne, ich habe hier mal 1 bis 2 Tonnen hingeschrieben, und wir müssen am Ende natürlich, weil wir nicht managen können, was wir nicht messen können, müssen wir als Richtschnur uns natürlich orientieren an individuellen Öko- oder speziell CO2-Bilanzen, wenn es um das 1,5- bzw. 2 Grad Klimaschutz-Ziel geht. Und wie einfach das ist, sehen Sie an diesen beiden Scans. Da links ist der Online-CO2-Rechner vom Uber und hier so eine Broschüre, die man zum Selbstkostenpreis beziehen kann, wo alle Aktivitäten des täglichen Lebens mit den Durchschnittswerten an CO2-Belastung vermerkt sind. Noch ein Blick auf die Suffizienz. Das hier ist eine Darstellung, die viele, viele, hunderte von Studien einfach bündelt zu einer Kernaussage. Und diese Studien, die ich da anspreche, entstammen einem Forschungsfeld, das man Science of Happiness, schlecht übersetzt, als deutsche Glücksforschung bezeichnet. Es geht nicht um Spielautomaten, es geht um was anderes. Es geht um die Frage, in welchem Zusammenhang das menschliche Wohlbefinden zu sehen ist mit der realen Konsummenge, über die ein Individuum verfügt. Und was Sie hier erkennen, ist Folgendes, wenn Sie dieser Logik folgen. Kein Konsum ist keine Lösung. Außer, Sie wollen im Neandertal leben. Das wollen Sie nicht. Sie können ganz klar sagen, wenn ausgehend von einer Situation, die wir als krasse Armut kennzeichnen können, der Konsum steigt, steigt schlicht und ergreifend das Wohlbefinden. Was Sie aber auch erkennen können ist, dass es eine Sättigungsmenge gibt. Warum? Wir als Homo Sapiens sind nicht nur schicksalhaft einer thermodynamischen Grenze des Planeten ausgesetzt, sondern einer inneren Grenze. Ein Homo Sapiens, der über bestimmte Gliedmaßen, über bestimmte Sinnesorgane verfügt und drittens eine ganz bestimmte psychische Kapazität, kann nicht unendlich viele Reize, Informationen, Gemüsse, Konsumfunktionen abrufen. Das ist schlicht nicht möglich. Und menschliches Multitasking ist auch nicht möglich, weil ich keine drei Arme habe, um drei Smartphones gleichzeitig zu bedienen. Oder drei Arme für drei Weizen, das fände ich noch sympathischer. Also es geht nicht. Zwei. Doppelhändige Tanken, das geht schon noch. Aber selbst das kann mich überfordern. Und deswegen kann sogar eine Situation einsetzen, in der wir rein rechnerisch, weil wir uns immer mehr Dinge kaufen können, wir rein rechnerisch statistisch immer reicher werden, aber innerlich ausbrennen, weil die menschliche Aufmerksamkeit nicht mehr in der Lage ist, stressfrei alles abzuschöpfen, was wir uns aneignen können. Was daraus folgt, ist eben, es gibt ein eklatantes Reduktionspotenzial, das nicht nur kein Verzicht darstellt, sondern sogar regelrecht Schutz vor Reizüberflutung darstellt. Kommen Sie nicht auf die Idee, dass es auf 100 Prozent der Bevölkerung in der Bundesrepublik zutrifft. Langzeitarbeitslose, prekär Beschäftigte, manche Alleinerziehende, andere Menschen, die unterversorgt sind, haben dieses Problem nicht. Aber über die anderen 85 Prozent der Menschen sollten wir schon reden. Die zweite Ebene, um mit Reduktion klar zu kommen, nennen wir Subsistenz, gut übersetzt, Eigenarbeit, Selbstversorgung. Jetzt kommt die langweiligste Folie, die kennen Sie alle. Wenn ich nun eine 20-Stunden-Woche praktiziere, habe ich 20 freigestellte oder sogenannte marktfreie Zeit, die ich als Ressource nutzen kann, um ergänzend, nur ergänzend, reine Selbstversorgung ist eine Utopie, um ergänzend zu einem geringer gewordenen Realeinkommen erstens eigene Produktion, zweitens Reparatur, Instandhaltung, also Nutzungsdauerverlängerung und drittens Gemeinschaftsnutzung zu praktizieren. Wenn wir dazu übergehen, in Gruppen, gemeinschaftlich, synergetisch, arbeitsteilig Güter zu erhalten, Güter gemeinschaftlich zu nutzen, manche produktiven Tätigkeiten wieder selber ausführen, zum Beispiel in Gärten, dann reduzieren wir nicht einfach nur die Ressourcen, die wir brauchen und entlasten die Ökosphäre, wir entlasten unsere Abhängigkeit vom Finanzbedarf, um unser Leben in irgendeiner Form mit einer ökonomischen Basis zu versehen. Das ist mir hier noch wichtiger als einfach nur der ökologische Entlastungseffekt. Wenn sich in Regensburg fünf Leute immer ein Rasenmäher, ein Auto, eine Waschmaschine, eine kleine Werkstatt teilen, wie viel weniger Geld brauchen sie dann, um über die Runden zu kommen und ohne die innovativen Konsumfunktionen dieser Objekte zu vermissen? Da gibt es viele schöne Beispiele. In der Mobilität bin ich ein großer Fan eigentlich der Lastenfahrräder. Ach, kennen Sie den? Ach, den kennen Sie den? Das ist Manuel Nagel. Den habe ich neulich auch gerade was publiziert. Ein ehemaliger Student von mir, der hat im Wirtshaus, mein Gott, ich stolper hier, im Wirtshaus eine Wette gemacht, nämlich ob er es schafft, dieses bei Ebay Kleinanzeigen gebrauchte Sofa 20 Kilometer von Westerstede nach Oldenburg zu bringen. Er hat die Wette gewonnen, das ist das Beweisfoto. Und er hat dann mit anderen Studenten ein Projekt gegründet, das heißt Rädchen für alles, also ein Wortspiel. Sie können hier kostenlos unterschiedliche Lastenfahrräder leihen und Sie sehen hier an der Bebildung, was man damit alles transportieren kann. Foodsharing ist eine andere Möglichkeit, im Sinne von Suffizienz dafür zu sorgen, dass weniger produziert werden muss. 50 Prozent der Nahrungsmittel in Europa werden direkt oder indirekt zu Abfall. Das ist nicht einfach nur ein ethisches Problem, wenn ich weiß, dass anderswo vor allem Kinder unterernährt sind, sondern da steckt natürlich in jedem Produkt der Landwirtschaft Energie, Chemie, alles mögliche drin, vollkommen klar. So Suffizienz zählt auch Ernährungsgewohnheiten zu verändern. Rosa Wolf mögen Sie kennen, die kommt aus München und die hat versucht, in einem eigenen Experimentierfeld mit sehr wenig Geld sich trotzdem biologisch zu ernähren. Wie macht sie das? Indem sie sich wieder die Kochkünste aneignet, die es braucht, um auch jene ökologischen Feldfrüchte durch Vielfalt zu veredeln, die man eben auch für kleines Geld auf den regionalen Märkten bekommt. Besonders wichtig sind vor allem verpackungsfreie Supermärkte, die man ebenfalls auf kommunaler Ebene sehr gut umsetzen kann. Die Beispiele, die ich hier alle gewählt habe, sind bezogen auf die kommunale Ebene, weil das der Anlass der heutigen Veranstaltung ist. Ein Projekt, das ich selber mit aufgebaut habe, ist der Oldenburger Verschenkmarkt. Da werden pro Jahr bis zu 15 Tonnen an Gebrauchsgegenständen gerettet und es wird Produktionsvermieden. Das ist ganz wichtig. Das Ding heißt Verschenkmarkt, weil da kein Rubel rollt, auch kein Euro, sondern weil die Bedingung der Teilnahme an diesem Projekt ist, Dinge umsonst mitzunehmen und umsonst abzuliefern. Subsistenz im modernen Stil ist sehr viel älter als manche meinen. Das hier finde ich beeindruckend. Was Sie hier sehen, ist ein Objekt der sogenannten Berliner Moderne. Ein Gartenarchitekt namens Lebrecht-Migge hat in den 20er Jahren in Berlin eine ganz bestimmte Idee gehabt. Diese Zeit war schon gekennzeichnet von dem Aufbruch in die, ich würde mal sagen, zweite industrielle Revolution. Die Industriearbeiterinnen und Arbeiter in Berlin der 20er Jahre waren immer noch so gering entlohnt, dass es nützlich war, dieses moderne Leben in Berlin, das ist für die damalige Zeit eine absolut moderne Wohnanlage, zu verbinden mit ergänzender Gartenwirtschaft. Und die Architektur hier hat eine Symbolsprache, der Gestalt, dass um diese moderne Wohnanlage, so modern sie auch war, um die erreichen zu können, muss man erst durch eine Gartenwirtschaft. Die Normalisierung einer Gartenwirtschaft in der Stadt wird damit also unglaublich manifest. Das finde ich sehr interessant. Das hier sind Projekte aus anderen Städten. Wurzelwerk ist ebenfalls ein Verein von Studierenden von mir aus Oldenburg und da links ist der Prinzessin-Garten. Und das hier, das sind Dachgärten aus Paris, da haben sie dann sogar Bienenstücke. Ebenfalls für Kommunen sehr sinnvoll und auch für die Randbereiche sind Obstalmenten. Das Projekt Mundraub, das ich selber in einem Forschungsprojekt ein bisschen untersucht habe, nutzt hier einfach ein Online-Tool, OpenStreetMaps beispielsweise, und da kann man dann eben, wenn man Bäume hat, die man selber nicht abernten kann oder umgekehrt nach welchen sucht, die andere zur Verfügung stellen, kann man dann über diese Marker den einfachen Weg finden. Selbstversorgung in der Stadt, wenn es um Nahrungsmittel geht, kann daran scheitern, dass ich gar keine Fläche habe und keinen Gemeinschaftsgarten. Dieses hier in Essen initiierte Projekt, das sich aber jetzt flächendeckend eigentlich so auf die Bundesrepublik Deutschland ausbreitet, nämlich Ackerhelden, sieht vor, dass Menschen, die vielleicht in einer Wohnanlage sind, ohne Gartenbereich, dass sie eine kleine Parzelle mieten können und können mit Kind und Kegel oder Lebensgemeinschaft oder wie auch immer, können sich dort selbst erproben als Gärtner oder Gärtnerin. Und die Betreiber dieses Projektes versorgen die Menschen dort auch mit Informationen, mit Kursen, mit Workshops, um auch eine Bildungsarbeit zu leisten, die also dann auch so einen Typen wie mich mit zwei linken Akademikerflossen irgendwie befähigt, selber vielleicht eine Mauerrübe vom Kohlrabi zu unterscheiden. Kohlrabi ist rot, oder? Ja, und dann das, wo ich die meiste Zeit im Moment opfere, das ist natürlich die Herperatur. Ich bin, nicht ich, sondern mein Team in... Was ist das denn? Aha. Ja. Es ist schlecht zu koordinieren, weil auf dem Bildschirm sieht man das gar nicht so. Also, Repair Café sind natürlich die Keimzelle des Ressourcenschutzes schlechthin. Nutzungsdauerverlängerung, Instandhaltung, Pflege, achtsame Verwendung von Gütern. Das ist mehr als Wirtschaft. Das ist Kultur. Das ist auch Selbstbewusstsein. Das bedeutet vor allem wieder, Autonomie zu wahren. Ernst Friedrich Schumacher hat damals die Formel geprägt vom Aufstand der Massen gegen die Massenproduktion. Friedlich, er war Buddhist. Und das hier sind die besten Beispiele. Wir haben in Oldenburg ein zweijähriges Projekt durchgeführt, gefördert vom Bundesministerium für Umwelt und haben so an die 10, 15 Repair Cafés aufgebaut, haben einen Manager auf einer halben Stelle gehabt, der das alles in Gang gebracht hat und wir versuchen jetzt sozusagen die Reparatur statt schlecht hinzuwerden. Was wir jetzt aufbauen wollen, das kann ich also den Benedikt Suttner auch nur empfehlen, wie vieles andere auch, das wäre ein Ressourcenzentrum, ein kommunales Ressourcen- oder Reparaturzentrum. Damit ist gemeint, eine brachgefallene Immobilie zu nutzen, Neubau halte ich für ökologisch nicht tragfähig, das habe ich glaube ich auch schon gesagt, um dort im Sinne eines marktähnlichen Zustandes, wir können das auch Markthalle für Ressourcenschutz nennen, Handwerkerinnen und Handwerker anzusiedeln und andere Dienstleister, die eben unterschiedliche Sparten der Nutzungsdauerverlängerung, auch des Upcyclings, auch des Remanufacturing, also des Aufarbeitens gebrauchter Güter, um sie wieder verkaufen zu können, um das dort alles anzusiedeln. Ein solches Ressourcenzentrum muss vor allem auch ein Lernort werden, an dem junge, alte und egal mit welchem kulturellen Hintergrund Menschen wieder lernen, Produkte zu erhalten, zu reparieren und Handwerk mit Kunst zu verbinden. Vor allem muss so ein Ressourcenzentrum selbstverständlich auch ein sogenannter Sharepoint sein, wo zum Beispiel die Foodsharing-Initiativen oder, darauf komme ich gleich noch, die solidarische Landwirtschaft quasi einen Anlaufpunkt hat, wo dann also eine ganz neue Wirtschaftsform jenseits auf der Marktwirtschaft Platz greift. Das ist auch eine Belebung von Innenstädten. Tatsächlich gibt es einige solcher Prototypen in den Benelux-Staaten und vor allem in Skandinavien. Und die Idee hierbei ist, den Einzelhandel einzubeziehen auf folgende Weise. Wir haben in den Medien, das ist hier nicht entgangen, weil es da viele sehr reißerische Dokumentationen gibt, wie zum Beispiel Produzieren für die Müllhalde. Es gibt Bestseller inzwischen dazu, zu dem Thema geplante Obsoleszenz. Wir haben hier einen gewissen Druck und der Einzelhandel spürt das. Der Einzelhandel in Deutschland und überhaupt in allen Konsumdemokratien hat keine Kompetenzen, keine Ressourcen, keine Möglichkeiten und Infrastrukturen mehr, Reparatur mit anzubieten. Wenn wir ein solches Ressourcenzentrum hätten, könnten wir dem Einzelhandel anbieten, Reparaturdienstleistungen auszuführen für die Kundschaft des Einzelhandels. Dafür müsste der Einzelhandel eine Umlage zahlen. Das funktioniert also genauso wie solidarische Landwirtschaft. Durch diese Umlagezahlung kann dann tatsächlich dieses Ressourcenzentrum getragen werden, außer natürlich, das ist die zweite Ebene, dass die dort ansässigen Handwerkerinnen und Handwerker ihrerseits auch zu marktüblichen Reparaturpreisen, wenn sie wollen und mögen und Nachfrage finden, auch die Leistung anbieten können. Die dritte Ebene der Finanzierung oder betriebswirtschaftlichen Stabilisierung eines solchen kommunalen Ressourcenzentrums ist folgende. Jeder Mensch kann einen 100-Euro-Coupon kaufen und kann als Gegenwert eine der unzähligen Reparaturdienstleistungen in Anspruch nehmen oder ein Workshop. Zum Beispiel ein Workshop an einem Samstagnachmittag, wo in zwei Stunden beigebracht wird, wie ich aus einem Computer das Motherboard rauskriege, den Lüfter reinige, dann hält der länger oder wie ich vielleicht, das weiß ich, eine 36-Lochfelder einspeiche. Also Reparatur, Bildungsleistungen, die ich ebenfalls dadurch in Anspruch nehmen kann. Das lässt sich wunderbar vernetzen mit der Wirtschaftsförderung, einer neuen Wirtschaftsförderung, der Industrie- und Handelskammer und vor allem der Handwerkskammer. Also das ist kein Luftschloss, sondern daran arbeiten wir gerade in Oldenburg. Wir haben ein Objekt in Sicht und wir haben die Wirtschaftsförderung in Oldenburg tatsächlich unter Wind genommen. So nennt man das in Norddeutschland, wenn man Leute verpflichten kann. Und wir hoffen, dass wir das umsetzen können. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Die Regionalökonomie, die daran anknüpft, muss zwei Probleme lösen. Suffizienz und Selbstversorgung in allen Facetten, und ich habe nur wenige gerade genannt, reichen nicht aus, um in einer Postwachstumsökonomie gut versorgt zu sein. Die dritte und darauf folgende Stufe ist die Regionalökonomie. Und die muss sich natürlich einmal auf die Verbrauchs- und auf die Gebrauchsgüter konzentrieren. Was Verbrauchsgüter anbelangt, können wir sagen, das Basalste aller Grundbedürfnisse in dieser Dimension immer noch Ernährung. Es hieß immer, eine vollständig regionale und ökologische Ernährung in der Region geht gar nicht. Es geht nur da, wo sozusagen wenig Besiedlungsdichte ist. Aber eine Stadt wie Hamburg zum Beispiel könnte man so nicht ernähren. Jetzt gibt es eine neue Studie, so neu ist die nicht, wie es von 2016, aus der hervorgeht, dass selbst ein Moloch wie Hamburg es schaffen könnte, in einem Radius von 100 Kilometern sich zu 100 Prozent ökologisch und auf Basis der Kriterien artgerechter Tierhaltung zu ernähren, wenn die Suffizienz der Hamburgerinnen und Hamburger nur ausreicht, um statt wie jetzt 87 Kilo Fleisch pro Kopf und Jahr 24 Kilo zu verzehren. Also die müssen nicht mal Veganer oder Vegetarier werden. Das heißt, die Regionalökonomie ist ein schlafender Riese. Ich habe gerade ein neues Forschungsprojekt begonnen, das sich darauf kapriziert, diese Potenziale zu wecken. Das hier zum Beispiel ist eine regionale Ernährungsgenossenschaft XELS in Tübingen. Die Regionalwert AG in Freiburg ist ein ähnliches Objekt, das ich Ihnen empfehlen kann, sich das mal anzuschauen. Aber man kann das auch im sehr kleinen Maßstab machen. Hier war ich zu Gast in einem sogenannten Regionalladen im Westerwald. Da sind mehr als 100 Anbieter regionaler Produkte, sowohl fair als auch Gebrauchsgüter, die alle so klein sind, so handwerklich und arbeitsintensiv und künstlerisch arbeiten, dass sie als Mikrounternehmen oder Freiberufler kein eigenes Geschäft aufbauen können, auch nicht im Netz. Was die machen ist, sie mieten in diesem Laden Regalfläche für kleines Geld, weil das deshalb geht, weil wenn 100 solcher Nutzerinnen und Nutzer der Angebotsseite das ausschöpfen, dann rechnet sich die Miete. Die Waren sind mit einem Etikett und Strichcode versehen, sodass dann die zwei Personen, die da an der Kasse sind, genau zurückrechnen können, welche Umsätze dann sozusagen wem zugeteilt werden. Und auf diese Weise wird ein Markareal erschaffen, das den Westerwald erstaunlich gut versorgt mit regionalen Produkten. Regionale Produktion ist natürlich auch eng verbunden mit solidarischer Landwirtschaft, die jetzt genau zu erklären würde, den zeitlichen Rahmen sprengen. Damit ist gemeint, direkte Beziehungen zwischen Stadt und Land aufzubauen, indem Gruppen von sagen wir mal 100 Haushalten, Einzelpersonen oder auch Bedarfs- oder Lebensgemeinschaften einen Bauernhof fokussieren und sagen, du produzierst für uns ökologisch und wir kaufen dir die Ernte ab. Und jeder Mensch bezahlt dann einen Ernteanteil. Auf diese Weise hat der Bauer die Sicherheit, dass er diese Einkünfte hat. Umgekehrt werden dann sozusagen die Mitglieder dieser solidarischen Landwirtschaft ihre Ernährung abstimmen auf das, was dann sozusagen ein Ernteanteil ist. Auch die regionale Versorgung mit Energie, die habe ich selber mitgegründet. Diese Energiegenossenschaft ist sehr wichtig. Mir ist es aber wichtig bei Energiegenossenschaften nicht nur Windkraftanlagen zu projektieren, sondern Mieterstrom-Modelle. PV und solarthermische Anlagen auf die Dächer, um den Konflikt zwischen Landschaftszerstörung und Energiewende zu tilgen. Und vor allem Contracting-Modelle, das heißt Energieeinsparung. Diese Genossenschaft hat das Ziel, irgendwann überflüssig zu werden. Dadurch, dass wir unseren Kunden beibringen, so viel Energie zu sparen, dass sie keinen Energieversorger mehr brauchen. Das ist die Betriebswirtschaftlehre der Zukunft. Gut, bei den Gebrauchsgütern gilt natürlich, was ich schon gesagt habe. Eine städtische, kommunale Güterwirtschaft muss darauf setzen, produktionslos zu arbeiten. Sharing-Modelle, Nutzungsdauerverlängerung ist trivial. Habe ich viel zu geforscht, das überspringe ich jetzt. Es kommt glaube ich nur noch eine Folie und dann sind wir fast durch. Was kommt denn nun auf die normalen, sage ich mal in Anführungszeichen, Unternehmen zu? Wenn sie tatsächlich, oder ein Teil dieser Unternehmen, nicht mehr Teil des Problems, sondern Teil der Lösung sein will. Ich habe einen Begriff gerade eingeführt, den der Prosumenten. Viele kennen den. Leute, die schon waren im Vortrag bei mir waren, sind jetzt gelangweilt. Ein Prosument ist ein Homo sapiens, der sieht genauso aus wie Sie und ich. So Biomasse, Einfüllstutzen für Weißbier, zwei Arme, zwei Hände, so was man so hat, ne? Okay. Und arbeitet eben nur 20 Stunden und nutzt die 20 freigeworhenen Stunden genauso, wie ich das gerade erklärt habe, für urbane Subsistenz. Eigene Produktion, Gemeinschaftsnutzung, Nutzungsdauerverlängerung. Dazu sind drei Ressourcen nötig. Zeit, die brauche ich, handwerkliche Kompetenzen und soziale Beziehungen. Warum denn soziale Beziehungen? Ganz einfach, wenn ich in einer netzwerkartigen Konstruktion, wie ich das gerade beschrieben habe, mit anderen Leuten etwas teile, dann heißt das doch, dass quasi die soziale Beziehung, die wir damit eingehen, wie eine Ressource funktioniert. Mein Nachbar hat eine Waschmaschine, hurra, ich brauche keine kaufen. Ich habe dafür Spezialwerkzeuge für Fahrradreparaturen, hurra, der muss nichts kaufen. Diese soziale Vernetzung ist letzten Endes auch Arbeitsteilung, ja? Die verschwindet nicht. So, was tun denn das Unternehmen? Also erstmal, ich kehre nochmal zurück zu der Folie mit der Kurve, die wir kriegen müssen. Unternehmen produzieren nach wie vor neue Produkte, aber auf einem Niveau der Gestalt, dass eine konstante Güterausstattung nur erhalten oder veredelt wird, wie ich es beschrieben habe. Außerdem ist der Second-Hand-Handel oder die Aufarbeitung gebrauchter, defekter Geräte zu wieder nutzbaren Objekten ganz wichtig. Dann müssen Unternehmen, die postwachstumsfähig sein wollen, ein ganz anderes Personalmanagement nutzen, indem sie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ermutigen, abzuweichen von dem Standard der 40-Stunden-Woche. Und sie nicht als Warmduscher oder Leistungsverweigerer beschimpfen. Das ist die deutsche Krankheit. In anderen Ländern Europas gibt es eine Politik und auch, würde man sagen, eine Managementkultur, die eher diejenigen als Helden bezeichnet, die freiwillig zurücktreten von dem Anspruch unbedingt 40 Stunden zu arbeiten. Denn damit wird genau der Freiraum geschaffen, der es sozialpolitisch erträglich werden lässt, wenn die Wirtschaft kleiner wird. Und damit beliefert quasi das Unternehmen die Prosumentenseite mit dem Zeitinput, den es braucht, um eben selbstversorgend durchführen zu können. Und das andere wesentliche Momentum ist ein Prosumentenmanagement. Wenn ich also in einer Postwachstumsökonomie Güter kaufe, reicht es nicht mehr aus, Güter zu kaufen. Ein Unternehmen muss mir außer den Gütern oder Dienstleistungen eine Kompetenz mitverkaufen, die darin besteht, dass wenn ich in Berlin eine Jeans kaufe, Warum Berlin? Weil da ein Unternehmen ist, das genau das tut, das ich aber nicht benenne, weil ich keine Schleichwerbung machen will. Ein skandinavisches Unternehmen, ahnen Sie, wer es ist? Also, die machen öko-faire Jeans. Und wenn ich da eine Jeans kaufe, wird mir geholfen dabei zu lernen, was ich lernen muss, um als Mountainbike-Fahrer öfters mal den Hosenboden zu flicken. Auf diese Weise verkaufen die mir nicht einfach öko-faire Jeans, sondern sie verkaufen mir die Möglichkeit, pro Menschenleben mit weniger Geld auszukommen, und trotzdem halbwegs schicke, na gut. Also, halbwegs zeitgenössische Jeans zu tragen. Ich habe jetzt noch eine ganze Menge Folien, aber der Blick nach links, ich wage schon gleich nach links zu gucken, weil... Wie spät haben wir es denn jetzt? Ne, jetzt glaube ich noch mal Schluss hier, oder? Dann können wir noch ein bisschen diskutieren. Harry, du bist dran. Ja. Was? Das war jetzt... Vielen Dank an Nico Pech für diese wirklich sehr, sehr, sehr vielen Beispiele. Und da ist... Da habe ich auch eine ganz gleiche, sofort eine Anschlussfrage, nämlich... Mir geht es so ein Stück weit natürlich jetzt, weil wir gerade den Kommunalwahlkampf haben, darum, da das Relevante auch für die Stadträte und für die politische Arbeit von der ÖDP um zu ein Haus zu arbeiten. Und stell dir doch mal vor, du bist erster Bürgermeister hier in Legensburg oder irgendwo in einer mittelgroßen Großstadt in Deutschland und du hast die absolute Mehrheit im Stadtrat hinter dir. Jetzt war einfach mal eine Frage, was sind denn jetzt die drei ersten Dinge, die du in so einer Stadt anleiern würdest? Also 15 Jahre hat die CSU oder eine CDU regiert und der Modalsplit ist schrecklich und ja, man hat vielleicht drei Solarwies, aber nicht 300 und und und. Was wären deine wichtigsten Zielpunkte und Markierungen, ja Wegemarken als Oberbürgermeister in den ersten 100 Tagen? Also das auf drei Funventionen zu verdampfen, ist kaum möglich. Ich mache es genau wie Astrid. Wer braucht... ich gehe noch einen Schritt weiter. Das machen wir dann zusammen und dann können die von mir aus nicht beschimpfen. Ich würde nicht einfach nur ein Moratorium der Flächenversiegelung verhängen. Ich würde sogar Rückbaumaßnahmen, gerade was Verkehrsflächen anbelangt, würde ich sogar anstrengen, um sozusagen der Natur wieder unversiegelten Boden zurückzugeben, zumindest insoweit das möglich ist. Das zweite, was ich täte, wäre natürlich eine Verkehrswende anzustrengen. Also die autofreie Stadt, dafür aber auch gute Möglichkeiten mit Lastenfahrrädern, mit öffentlichen Personennahverkehr klar zu kommen. Das muss natürlich schon auch gewährleistet sein. Und das dritte, was ich täte und das ist dann ein ganzer Strauß an Möglichkeiten ist, ich würde mir die Wirtschaftsförderung vorknöpfen und eine völlig neue Wirtschaftsförderung betreiben. Ich würde auch in Verbindung mit einem Flächenmoratorium eine Sanierungsoffensive starten, die nicht nur darauf beruht, den vorhandenen Gebäudebestand energetisch zu sanieren, sondern auch durch Umnutzung, Umwidmung, vorsichtiges Aufstocken, wo es denn möglich ist, dadurch eben die Möglichkeit auch geben, ohne mehr Fläche trotzdem eben neue Wohnformen zu ermöglichen. Wohngenossenschaften oder auch das Mietshaussyndikat aus Freiburg sind da gute Blueprints eigentlich. Ich habe ja auch viel Genossenschaftsforschung gemacht und ich würde der Wirtschaftsförderung vor allem beibringen, schlicht und ergreifend, statt einer Ansiedlung von Filialisten oder andere Investitionsmagneten zu schaffen, ich würde eine Prosumentenstrategie entwickeln. Ich würde praktisch die Wirtschaftsförderung daran ausrichten, was getan werden muss, um Menschen zu befähigen, praktisch wieder selbsttätig zu produzieren, Dinge gemeinschaftlich zu nutzen und vor allem auch zu reparieren. Dieses Ressourcenzentrum, das ich so als kleines Beispiel heute so ein bisschen hervorgehoben habe, das ist ja wohl das Mindeste, was ich dann mache. Also, es gibt viele andere Sachen noch, aber du wolltest das nur drei nennen. Ja okay, weil ich denke, es gibt auch noch viele Fragen aus dem Publikum, aber ich habe trotzdem noch eine kleine Frage. Das war das mit diesen Helden, die Astrid ist eine Heldin, eben weil sie einen Diskurs aufbricht und einen neuen versucht anzustoßen, das versucht auch die AfD. Sind das jetzt auch Helden? Vor allem jetzt mal so dieses Problem mit Fernreisen, mit interkulturellen Reisen. Wenn wir jetzt sagen, okay wir gehen mehr in die Region, wir machen eher wieder so ein bisschen auf klein klein, ist es denn nicht so, dass diese Weltoffenheit eigentlich so ein Bollwerk gegen Rassismus darstellt. Also vielleicht weißt du dazu, kannst du mir da ein bisschen helfen? Die weltoffene Gesellschaft hat den Rassismus doch überhaupt erst möglich gemacht. Wenn in einem begrenzten System alles mit allem verbunden ist, alles mit allem konkurriert, sich alles mit allem vergleichen muss und damit eben auch Eigenständigkeit, auch kulturelle Identität auf dem Prüfstand ist, dann fangen genau die Konflikte an. Ist das nicht ein komischer Zufall, dass das, was wir jetzt in Deutschland in der Bundesrepublik also als Rassismus identifizieren, komischerweise den Aufschwung genau in dem Moment hatte, als Flugreisen immer billiger wurden, als die Globalisierung Platz griff? Das muss man schon noch zur Kenntnis nehmen. Und was ich auch sagen möchte ist, da muss ich nochmal zurückgehen auf die eine Folie. Ich habe ja gerade nicht gesagt, dass eine Abschottung das Richtige wäre. Wenn wir eine Steady State Economy, also so eine Gleichgewichtswirtschaft haben, dann heißt das, dass die internationalen Beziehungen so im historischen Maßstab wahrscheinlich immer noch größer sind als in den 50er, 60er oder 70er Jahren. Ich meine, wenn man sagen will, dass also quasi der Umfang an Außenhandel irgendwie korreliert ist mit Rassismus, dann hätten wir in den 70er Jahren eine nationalsozialistische Gesellschaft sein müssen, weil wir Anfang der 70er ein Außenhandelsvolumen hatten. Das ist ein Klecks gegen das, was wir heute haben, interessanterweise. Und von daher glaube ich nicht, dass man, wenn man eine Wirtschaft ohne Wachstum so designt, wie ich das gerade vorgeschlagen habe, dass das irgendwie mit einer Abschottung einhergeht. Dieses Gerät da, das schon in einem Repair-Café war, kommt aus Südkorea. Und das wird auch so bleiben, weil wir die Kernkompetenzen zur Herstellung bestimmter Dinge gar nicht mehr haben. Das heißt, wir werden auch in einer Wirtschaft ohne Wachstum auf Gedeih und Verderb darauf angewiesen sein, gute Außenhandelsbeziehungen und damit hoffentlich auch friedfertige kulturelle Austauschbeziehungen mit anderen Teilen der Welt zu haben. Und ich glaube nicht, dass Flugreisen irgendwie ein Bollwerk gegen Rassismus sind. Also das ist natürlich eine schöne linksliberale Ideologie, mit der man überhaupt erstmal eine kosmopolitische Lebensführung rechtfertigt. Wer andere Länder bereist, hat genauso eine selektive Wahrnehmung wie jemand, der hier bleibt. Ich habe Leute erlebt, die haben den Planeten bereist und haben jedes Vorurteil bestätigt bekommen, im Hinblick auf kulturelle Unterschiede, die dann manchmal eben auch sehr gehässig waren. Also das ist für mich eigentlich kein Argument. Also ich halte mich jetzt ab sofort zurück. Der Eröffnung erster Teil ist, Astrid Lammy hat vorhin bei mir angeklopft. Sie möchte eine Frage stellen. Ja, möchte ich sehr gerne. Also wir gehen natürlich alle davon aus, dass wir nach der Wahl in der Situation sein werden, dass der Benedikt Oberbürgermeister ist und die ÖDP die absolute Mehrheit hat. Und wir anknüpfen können an die Punkte, die wir jetzt gerade gehört haben. Aber sollte der äußerst unwahrscheinliche Fall eintreten, dass wir uns in einer Oppositionsrolle wiederfinden, sage ich mal. Also in den klassischen Strukturen mit, sagen wir mal, pessimistisch fünf Stadttreten. Momentan haben wir drei, aber das war alles ja sehr voll. Also wir haben nur fünf Stadtreten, wir sind in der Opposition. Wenn ich jetzt so das eigene ökologische Verhalten reflektiere, kann man das ja immer unterteilen in Key Points, also die wichtigsten Punkte in Big Points und Peeluts. Das finde ich immer sehr wichtig, um zu schauen, was tue ich. Wenn ich jetzt in dieser kleineren politischen Rolle bin, dann muss ich mir ja auch überlegen, was tue ich dann. Also dann werde ich wahrscheinlich nicht die Key Points zur Verfügung haben, ob die ganz großen Handlungsstrategien fahren können, sondern dann werde ich gerne anfangen müssen. Wo setze ich an? Und nochmal. Also ich glaube, dass die Nachhaltigkeitspolitik der Zukunft ja weniger in vertikaler als mehr in horizontaler Kommunikation besteht. Das muss ich kurz erklären. Vertikale Kommunikation in einer parlamentarischen Demokratie heißt immer, jedes Problem zum Gegenstand kollektiver Entscheidungs- und Willensbildungsprozesse zu machen, ein Gesetz draus zu machen, ein Förderinstrument oder eine Erfindung irgendwie zu beschwören, um dann sozusagen über die Politik und den gesetzlichen Rahmen dann die Gesellschaft, ich sag das mal so vorsichtig, einzuhegen. Horizontale Kommunikation heißt, die Zivilgesellschaft direkt anzusprechen, ohne Anreizinstrumente, ohne Verbote oder ohne andere, sag ich mal, gesetzliche Regularien. Warum soll eine Partei nicht auch gleichzeitig eine soziale Bewegung sein, die sogar vorlebt, was sie im Programm stehen hat? Die sich dem Umstand zunutze macht, dass der Homo sapiens ein soziales Wesen ist. Das kann er oder sie nicht verhindern. Soziale Wesen verändern ihr Handeln, wenn sie andere dabei beobachten, wie sie auf ähnliche Weise das Handeln verändern. Ich will sagen, wenn sie Vorbilder haben. Oder wenn sie in einer Peergroup, in einer anderen sozialen Gemengelage, wo die Kommunikation dicht ist, eben erleben können, dass das Neue lebbar ist. Dass es also nicht zu Aussätzigkeit oder zu Schmerzen führt, so dass man es nur mit örtlicher Betäubung hinkriegen kann. Und ich stelle mir wirklich eine neue Partei oder euch vor als eine Partei, die wirklich auch aus Protagonisten besteht, die tatsächlich das verhindern, was bislang natürlich, ich denke nochmal ein Ablasshandel, das größte Bollwerk gegen nachhaltige Entwicklung war, nämlich einfach Heuchelei. Wir haben ein politisches System, in dem man immer noch Wasser predigen und Wein trinken kann. Wenn wir aber wissen, dass Technik nicht mehr weiterhilft, dann folgt das nicht als ethische, sondern fast als simple mathematische Herausforderung, dass nur veränderte Lebensstile noch eine Möglichkeit bieten. Wenn die nicht vorgelebt werden von den politischen Sprachrohren, dann werden wir weiter in dieser Lernresistenz verharren. Das ist das eine. Das zweite ist, ich kann mir gut vorstellen, gerade in der Kommunalpolitik, das habt ihr auch schon einige Male vorgeführt, nicht nur in Regensburg, auch in anderen süddeutschen Städten, dass man Projekte beginnen kann, für die man nicht notwendigerweise eine politische Mehrheitsentscheidung im Stadtrat braucht. Also was ich da treibe mit diesem Ressourcenzentrum, ist ja noch schwieriger. Ich bin ja nicht mal in einem Fachausschuss der Stadt Oldenburg. Und trotzdem schaffe ich es, Verbündete zu finden, Netzwerke aufzubauen, vielleicht auch Finanzierungsmöglichkeiten zu erschließen, oder vielleicht auch Meinungsführer, starke Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, zu gewinnen für meine Idee. Da habt ihr sogar noch bessere Chancen als jedes andere Nachhaltigkeitsprojekt. Und dann, wenn man da wirklich Beispiele erschaffen kann, Konzepte vorliegt, dann zu sagen, das hoch zu skalieren, das wäre die interessante politische Aufgabe. Also nicht von oben herab sich was auszudenken und es dann irgendwann mit politischer Mehrheit runterzudrücken, sondern schon Keime zu säen auf der Basis und das auch wirklich als glaubwürdigere Schablone für die darauf aufzusetzte Politik zu nehmen. Das könnte für die ÖDP ganz schön interessant sein. Kleine Nachfrage 9. 1,5 Grad, 2,5 Grad Sitzungen sind nach und die Zeit dreht. Damit sind wir ja nicht schnell. Doch. Es kann nichts schnelleres geben als das, was ich hier heute erzählt habe. Das ist meine These. Das sage ich auch noch. Fünf Weißbier noch. Warum? Jetzt kommt ja das neue Buch, All you need is less, das ich mit den Buddhisten da geschrieben habe. Okay, nicht wichtig. Ich schreibe ja nur Scheißbücher. Okay. Er schreibt übrigens gute Bücher. Wüssten Sie das? Ja. So. Also, da vertrete ich die Position, dass es nichts Billigeres, nichts Einfacheres und nichts Schnelleres geben kann als das Fallenlassen von Bedürfnissen. Jede Windkraftanlage kostet Geld, kostet eine Genehmigung, braucht ein Gesetz, braucht ein Förderinstrument und muss Widerstände brechen. Aber zu sagen, Dinge können unterlassen werden im Verkehr, im Baubereich, auch im Bereich der Wirtschaft heißt, ich spare das Geld, brauche keine Genehmigung und ich kann es sofort tun. Nichts ist voraussetzungsloser als Suffizienz, als die Reduktion. Also letzten Endes haben wir das kulturelle Problem, dass wir so überakademisiert sind, dass es uns unterfordert, einfache Lösungen anzuerkennen. Wir sind in einem Akademisierungswahn, der dazu führt, dass eine Lösung nur eine gute Lösung ist, wenn sie teuer ist, wenn sie Mehrheitsbeschlüsse braucht, wenn sie Innovationen erst sozusagen als Basis hat und man erst einen Kampf durchgeführt hat, immer von hinten durch die Brust ins Auge. Sonst wären wir alle arbeitslos, oder? Ich meine, das beschäftigt ja ganze Herrscharen von Planern, von Politikern, von Forschern, von Leuten, also Leute wie ich sind damit gemeint und natürlich ganze Branchen. Aber das Nicht-Wollen, das Weglassen, die Reduktion, die Entrümpelung der Gesellschaft ist demgegenüber, ich sage es nochmal, fast voraussetzungslos. Das sollte man als Richtschnur einer Politik machen. Nicht immer die Frage, was können wir noch bewirken, sondern auf was, also was können wir alles fallen lassen, was brauchen wir alles nicht. Um es in einem Satz zu sagen, eine nachhaltige Entwicklung, die diesen Namen verdient, ist keine Kunst des zusätzlichen Bewirkens, sondern des kreativen Unterlassens. und das kostet nie Geld. Ja. Niko Pech. Man muss ja immer dann, wenn man so Säcke zumacht, muss man sich überlegen, was möglich ist, Publikum bitte unbedingt mit nach Hause nehmen. Erstens, weniger arbeiten. Ja. Zweitens, diese weniger Arbeit bezieht sich nur auf die globalisierten Wertschöpfungsketten. Wir haben in Regensburg und um Regensburg herum sehr, sehr viel Reichtum. Da gilt es noch sehr viel zu heben. Und vielleicht noch ein drittens, ja, politisches Engagement macht Spaß. Ich habe vor kurzem die Verkehrsplattform Energie, die Verkehrswende-Plattform gegründet, das macht Spaß. Auch hier vorne zu stehen, das macht Spaß. Ich glaube, du machst es auch, weil du dieses Bedürfnis hast, gern zu erzählen, was Leute anders machen könnten, sollten, würden. Und jetzt sage ich nochmal Dankeschön, dass du jetzt schon, glaube ich, zum vierten Mal in Regensburg warst. Es wird ein fünftes, sechstes, siebten Mal auch noch geben. Jetzt bedanke ich mich bei der ÖDP Regensburg, dass sie uns diese Veranstaltung ermöglicht hat. Ich glaube, es war in ihrem Sinne. Und danke nochmal an Nico Zeig. Vielen Dank.